Ihr habt gewählt? Die Auszählung steht fest. Ihr habt euch für ein Intro entschieden. Hallo, ich bin der Sprachassistent von Santi. Santi hat mir leider noch keinen Namen gegeben. Er hat vorgeschlagen, dass ihr mir einen Namen geben könnt. Ist das nicht nett von ihm? Wie soll ich heißen? Wie wollt ihr mich nennen? Schreibt es in die Kommentare. Der Name der am meisten vorkommt wird dann meiner sein. Also Leute lasst euch was einfallen und schreibt es in die Kommentare. Zurück zur Auszählung. Wir haben ein Intro, was in den nächsten Games Videos erscheinen wird. Und zwar hat das erste Intro 31 Stimmen bekommen und das zweite ganze 45 Stimmen. Damit hat das Intro 2 von Q-Zimpro das Rennen gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wird dein Intro Santis Kanal begleiten. Es wurden ganze 76 Stimmen abgegeben. Santi und ich danken euch vielmals für eure Teilnahme. Es war auch für uns sehr spannend gewesen. Nicht vergessen, gebt mir einen Namen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen würdet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch mit einem Abo unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.